Der Kaman Davis 591 kombiniert Flexibilität und Komfort in einem kompakten Format. Mit seinen vier Schlafplätzen und vier Gurtplätzen bietet er eine ideale Lösung für Familien oder Gruppen. Die Ausstattung umfasst eine halbdinette L-Sitzgruppe, eine Küche mit 80 Liter Kühlschrank und ein platzsparendes Kompaktbad. Besonders hervorzuheben sind die Doppelstockbetten und die Option für ein Aufstelldach, die zusätzliche Schlafmöglichkeiten schaffen. Dank des Fiat Ducato als Basisfahrzeug und einer Dieselheizung ist dieses Wohnmobil für Abenteuer in allen Jahreszeiten gerüstet. Für mehr Informationen folgt den Kanal oder besitzt die Website. Danke!